Elias, möchtest du das mit Papa zusammen aufbauen? Das ist ein Reifen, der muss bestimmt hier irgendwo dran. Aber wehe, du benutzt den und läufst morgen schon, okay? Will ich nicht. So, das hier kommt vorne dran. Hallo! Ja, cool, oder? Ja! Was ist das? So, komm, wir bauen auf. Dann das Ding hier festschrauben. Darf ich den Schraubendreher mal haben? Den Schraubendreher, den brauch ich mal. Dankeschön. Hast du gut aufgepasst, super. Hier, danke. Danke, danke schön. So. Die Räder hier unten sind schon dran. Jetzt kommt hier oben der Griff fest, damit er sich auch festhalten kann. Na? Guck mal, kannst du hier nochmal die Schraube nachziehen? Die hier. Rup, 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 rup. Ja, cool, ist er fertig, oder? Haben wir es geschafft? Guck mal, das kann man drehen. Das kann man so machen. Hier mache ich gleich noch Batterien rein. Dann macht das ein bisschen Musik. Hui! Okay, Elias, ich glaube, wir sind uns beide sicher, dass das zu früh ist. Genau, wenn du irgendwann loslaufen willst, dann stellst du dich einfach hin und dann geht's los. Aber das machen wir jetzt nicht, sonst haben wir einen Ärger mit Mama. Denn wir wollen ja nicht vergessen, dass du erst sieben Monate bist, ne? Ja. Freust du dich? Papa Faust, danke fürs Helfen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr jetzt gesehen habt, könnt ihr ja gerne das Plus verschwinden lassen. Danke.